Und gleich hat die Spinne wieder was gesagt. Es ist wahrscheinlich immer noch Nacht. Haben wir geendet? Ja, es ist noch Nacht. Ja, wie ich bereits in der letzten Folge noch gesagt habe, werden wir diese Folge... Ja, Folgenzeit. Werden wir ein bisschen in die Erde graben. Werde ich auch machen, hoffentlich. Insofern es nicht Tag wird. So, 20 sollten reichen. Dann haben wir wieder 10. Können 10 Sachen machen. Drei Schaufeln. Die würden wir auch noch brauchen. Und... Ja. Das ist alles vorher. Ich mache mir nochmal eine Extra-Tool. Oh, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Oh Mann. Ah. Das gibt es doch nicht. Naja. Nächstes haben wir zwei Stück. Das kommt da rein. Die kommt rein. Die Schaufel kann auch noch rein. Aber die brauche ich wiederum. Von den Äxten. Muss ich ja den Boden aufmachen. Da habe ich keinen Lust, den lässt aufzugraben. Graben mit der Hand. Ach der, die Spinnen nervt mich. Das gibt es doch nicht. Wieso ist die immer noch da? Ach, dieses Kackviech, das... Ich gehe gleich da hoch und tue die mit dem Besen da schlagen. Jetzt suche mir ein Bot, wo es Besen gibt und dann gehe ich mit dem Besen runter und tue die. Na, was haben wir denn hier? Oh, wie mein Blockraum. Da kann man viel reinsetzen. Fackel. Beispielsweise. Was sehe ich da oben? Ach ja, das war ja das, wo ich dann nicht zugemacht habe. Die sollte jetzt auch kaputt gehen, die Spitzhacke. Ach, hat genau noch gerecht. So gefällt es mir. Ich gehe es da hoch und mache die fertig. Oh, es sind nur zwei Stück. Es geht gleich ein... Ah. Oh. Oh. Oh, es geht nicht. Du kriegst mich nicht, oder doch? Ah. Ach. Ah. Rückzug. Das hat er verzaubert. Autsch. Ich habe direkt einen Ding in den Holz bekommen. einen Hinterkopf. Und... gegen die Fers oder so. Ich gehe da nicht mehr raus, Mr. Silbert. Der hat was doch richtig was abgezogen. Oh, Mr. Silbert. Warte nur, bis ich mit meinen Freunden komme. Dann set ihr down. Was zu essen, wollte ich wollen. Jetzt läuft mich der Zombie, Alter. Das gibt es doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist ja 20 Seiten, das war richtig. Boah. Oh! Oh! Alter! Alter! Der 2! Der man auch ne Skill hat, das weiß ich. Nein, da ist es. Nein. Es wäre beim Einmal-Tot gewesen, aber jetzt kommt das nächste. Du triffst uns nicht. Wie kommt der jetzt dahin? Ah, gut, jetzt habe ich hier deinen Kackbogen angesammelt. Sack. Ich tue lieber mal einen Block hin. Ich versuche hier wieder in den Kübel reinzukommen. Das kennen wir ja bereits. Ah. Das ist der Kack. Das hat immerhin hier rund. Ich nehme, weil ich hier noch eins verbraten, falls ihr wiederkommen sollte. Eine von denen. Na, das dauert doch ewig. Ich habe hier noch die Essenspizza. Ich will sie auch nicht vergolden. Ich will den hier aufheben. Für Diamant und so weiter. Worldstone Diamant. Was es alles gibt. Ich frage mich, ob wir mal Zaffen finden und jemals daraus irgendwann, wenn es mal möglich ist, ein Bett zu bauen. Niemals. Wahrscheinlich niemals. So. Und die vierte Folge nähert sich. Nein, das ist die fünfte. Ich kann mich nicht mehr aus. Ich vergesse es immer, welche Folge welche ist. Diese Folge nähert sich auch langsam den Ende. Es fällt auf, wenn ich hier eine Stufe machen würde. Dann ist der auch überflüssig. So, jetzt haben wir zumindest ein bisschen genug Stein. Was uns aber noch fehlt, ist massenweise Kohle. Also die Essenspizza. Das sollte ich nicht mehr pauchen. So, und bald gehe ich auch ein bisschen auf Holzsuche. Ich werde aber hier noch ein bisschen alles hier schön einrichten. Vielleicht will ich mir noch ein Textjob packen. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele und so wenig gute. Ich weiß es nicht. Hier kommt da sowieso der Boden rein. Ich will es hier noch ein bisschen breiter machen, damit man hier auch noch Sachen reinstellen kann. Dann werden wir irgendwann mal oben auf dem Hügel hier ein Haus bauen. statt im Hügel zu wohnen. Okay, das ist direkt. Ich hoffe, dass ich irgendwo cool herbekommen in der nächsten Folge. Tschüss. Vielen Dank.